Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft! Minecraft! Ich muss mal besorgen. Muss ich euch jetzt wirklich immer vorstellen, ihr wisst doch wer dabei ist, oder? Wer ist denn dabei? Wer ist denn dabei? Zählst mal auf jetzt. Hallo, mein Name ist Göppels. Hans-Peter. Hans-Peter Göppels? Hans-Peter Göppels. Der zweite. Mein Name ist... Mein Name ist... Wilfried. Oh, steht ein Zombie rum. Der macht nix. Wilfried Feuerstein? Wilfried Feuerstein? Nicht? Nicht? Ich würde gern Olaf heißen. Ja, ich weiß, das wolltest du früher schon bei L.A. zockt. Bei L.A. zockt? Ja. Wieso denn das? Hast du mal gesagt, da wolltest du bei Olaf dir am liebsten gewesen. Olaf Olaf? Ja. Wie soll er denn? War das jetzt hell? So flach, dass ich da lachen muss. Ist immer gut, ne? Du wolltest mir auch Akazien Slaps mitbringen. Ja, ich hab's Inventar voller Akazien Slaps. Ich muss... Du musst noch am... Schafe... Scheren... Schneiden. Ich bin doch Hobbyfuseur. Am Schafe fisten ist der wieder drin. Nicht fisten. Der geht's wieder los hier. Das ist der schon wieder... Untervögelt ist der Junge. Auf jeden. Rollen, 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 rollen. Fresst, fresst ihr Schafe hier. Schwarze Wörter brauch ich erstmal nicht, oder? Ne, da hab ich noch Teppich. Gut. Ist der Gedacht Schaf. Gefressen und gemolken wollte ich grad sagen. Ne, geschert. Gefressen und gefressen werden heißt es. So, jetzt muss das mal reichen. Jetzt gehen wir wieder. Fressen. Wollte ich denn den Farbstoff noch einstecken, dann könnte ich ja... Kommt hier einer? Blue? Hellgrau. Ne, ich wollte... Oh nein, ich hab den Farbstoff nicht. Komm, wir sind so ein Fexer. So, Fexer, ich komm. Also, wie riesig das Rad aus Gordon ist, hier Treppen, Treppen, Treppen laufen ohne Ende. Und dann bist du irgendwann mal hier oben, beziehungsweise wieder unten. Und jetzt muss man die Büroräume... Ach, guck mal, hier sind noch Akazin-Slips ohne Ende. Wo? In den Kisten draußen. Ne, oder? Weißt du, wie viel ich jetzt mitgebracht hab? Naja, tust du rein, wenn ich noch welche brauche. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs. Wenn ich noch welche brauche, dann frag ich. In der Kiste ist jetzt reichlich. So, Farbstoff. Farbstoff, Farbstoff, Farbstoff. Du baust oben die Büroräume, da gucken wir gleich mal rein. Die Büroräume fertig machen, genau. Das ist nämlich außer Keller, den wolltest du ja noch machen. Mit ein bisschen Redstone-Schaltung und so, ne? Ne, du baust mit im Keller, Junge. Ich baue damit, ich baue mit im Keller. Also, alleine machen. Ja, du, wir haben gesagt, wir teilen das rein. Ich mach Technik, du machst Design. Okay. Geht doch. Ach, was ich noch gar nicht, was ich noch gar nicht, das, das, äh, hab ich ja noch gar nicht gezeigt. Was denn? Das muss ich ja gleich mal noch machen. Wir brauchen, äh, erstmal brauchen wir das. Und wir brauchen, äh, 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 wo sind sie denn? Ich bin blind. Ja. Ne, nehmt das ja. Wir brauchen dieses Tintenfischzeug. Man hat es ja, das habe ich ja schon mal angesprochen. Ich glaube, wir mussten meinen Rechner ja neu aufsetzen. Und seitdem habe ich das aktuellere TP runtergeladen. Da sieht man schon, dass die Tintenfisch-Säcke jetzt in so einer Schale sind. Das sind gar keine Beutel mehr. Das ist jetzt eine Holzschale oder so mit Tintenfischzeug drin. Und da hat sich noch mehr geändert. Die haben nämlich endlich mal richtig geil was gemacht. Und zwar war ich doch immer so heiß da drauf, diese Lederrüstung zu färben, weil das dann cooler aussieht. Und die haben jetzt richtige Skins. Die sehen jetzt richtig cool aus. Eine richtig coole Rüstung. Blau, rot, grün. Und sonst waren die ja, da war ja, da hatte ich ja dieses Chroma Hills ist das. Das Chroma Hills Texture Pack drauf. Aber diese Rüstung, die waren relativ einfachfarbig. Ich müsste mal in alten Folgen gucken. Zum Beispiel deine Rosane, die ich dir mal dahingestellt hab. Und jetzt haben die so richtig cool mit goldenen Nähten und so. Richtig cool designt. Das sieht echt cool aus. Okay. Was hast du jetzt für ein TP? Na, Chroma Hills hab ich jetzt drin. Immer noch, ja. Aber das ganz aktuelle, das. Okay. Aber es ist immer noch Lederrüstung. Ja, aber es sieht gut aus. Aber es ist immer noch Lederrüstung. Ja, und was macht das? Nichts. Eben. Ach nee, die Schafe sind ja alle hellgrau. Was ist denn da los? Das kann ich ja wieder nicht färben. Wow. Naja, zumindest kriegen wir unseren Teppich für den Bürgermeister fertig. Hoffe ich. Oder? Fehlt denn da noch mehr? Jetzt gehen wir erstmal gucken. Rollen, 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 rollen. Wer schießt? Wolle ist eine voll coole Sache hier. Ja, der ist ein cooler Dude. Ja. Wolle. Schon auch so ein epischer Abend. Ever running gag. Da haben wir in der alten WG von Mr. Seek haben wieder Poker bespielt. Und auch mit Einsatz. Bis zur Verlust der Muttersprache. Danach wollten wir noch in der Disco. Und ich hatte überhaupt gar kein Geld. Hab aber glücklicherweise beim Poker gewonnen. Und konnte mir durch den Gewinn den Eintritt besorgen. Und da hießen wir uns auch in Schlumpen beziehungsweise die Gastgeber. Und da sind wir natürlich mit der mit der Limousine in der Disco vorgefahren. Sind kurz an der Bank gehalten. Und ein Kumpel, wie ihr schon mitgekriegt habt, wahrscheinlich ist der mitbewonernd Kumpel von ihm, die hieß Wolle. Oder heißt Wolle. Und ich weiß bloß noch, wie wir gut angetrunken da an der Sparkasse sind. Er ruft der Seek raus. Wolle, bin ich hier. Das war so geil. Wolle dreht sich um und sagt, oh, oh, oh. Das ist alles klar. Und ja, das war echt cool. Das Feiern früher so. Hat dann auch, hat immer Sinn ergeben teilweise. Das hat Sinn ergeben. Ja. So eine Fußmatte, bevor man auf den Balkon geht. Oder beziehungsweise noch reinkommt, dass man hier so stücklich sehr abtritt. Gute Bürgermeister an seiner guten Stube. Nicht, dass sein guter Teppich hier dreckig wird. Ich hab dem jetzt einen schönen Teppich designt, ja. Sehr schön. Ja. Außerdem hat der gute Bürgermeister in der letzten Folge ein Schild bekommen für sein Büro. Nur Monika hat noch keins. Muss man noch eins besorgen. Und der Fechser wartet jetzt hier oben noch den ganzen Verwaltungsapparat. Die Keparillu. Und Vorhörsäle und sowas. Da kommt ja, oh, wir haben ja noch so einen Eingang, genau. Da müssen wir uns echt noch was einfallen lassen. Ähm. Und hier kommt dann natürlich, kommt die ganzen Sachbearbeiterbüros rein. Ey, Rick, alter, pass mal auf, das ist schon ein Bauer. Oh nein, Fechser. Fechser. Was denn? Das ist die falsche Höhe, du baust dir das halbe Fenster zu. Ach so, scheiße. Das hab ich gar nicht beachtet. Du musst noch eins höher. Was hab ich gar nicht beachtet? Hast du die ganze Decke schon reingezogen? Nee. Nur höher, okay. Oh, das hab ich gar nicht beachtet, dass da jetzt noch große Fenster hätte. Ich hacke hier drüben schon mal mit ab. Ja, danke. Ja, ich hatte eine coole Idee. Soll ich dir das jetzt erzählen oder soll ich es einfach bauen und du guckst es dann an? Was für hier oben? Ja. Na, bau einfach, wenn du möchtest. Wenn du es mir erzählen möchtest, erzähl es mir. Weiß nicht, ich werde bestimmt nicht damit fertigen und sehen es die Leute sowieso in meiner Folge. Ich sag's dir, pass mal auf, was ich hier baue. Guck mal, hier, wo du jetzt bist, Ja. Da kommt nur ein Stuhl rein. Okay. Der nach hier guckt. Ja. Und hier kommt dann Glas hin. Okay. Weißt du, was das dann ist? Nee, mach's nicht da oben. Das wär so ein Vorhörsaal, meinst du? Genau, das ist wie früher. Dann mach's nur hier unten. Wie man das aus dem Film kennt. Weißt du, hier ist nicht nur der Glasscheibe. Aber warum werden denn im Rathaus Leute verhört? Na, weil das hier nicht irgendein Rathaus ist, weil... Nee, Quatsch. Soll ich das machen? Ist das hier ein Kommunistisches, oder wie? Ja, ich weiß nicht. Müssen wir unsere Bewohner unterdrücken? Nee, Quatsch machen wir nicht. Ich hab bis letztes wieder eine Stasi-Doku gesehen, deswegen war ich jetzt gerade so... Nee, Quatsch. Ich meine, es könnte ja alles so storymäßig, könnte das ja alles ineinander übergreifen. Ich meine, es wird ja auch eine SM-Höhle hier unten geben. Ja, eben. Das ist ja auch nicht. Du wolltest ja einen Folterkeller bauen und die SM-Höhle für die... für die... für die Kati. Ja, ich glaube, das werden wir miteinander verbinden und es bedingt sich dann miteinander, weil Folter und SM hat ähnliche Züge. Nee. Die einen kommt zum Vergnügen, die anderen werden gezogen. Ich meine, in dem Moment, wo der Proband, nennen wir ihn mal Proband, in dem Moment, wo der Spaß dabei hat, ist es doch keine Folter. Oder? Stimmt, ja. Verstehe ich was falsch. Nee, aber ich meinte eher damit, dass wir dieselben Gerätschaften dafür nutzen können. Weißt du, was ich meine? Ja, da muss man effizient arbeiten, das stimmt schon. So, also sie können da drinnen gefoltert werden, aber sie können auch gefoltert werden und Spaß dabei haben. Wieso haben wir denn eigentlich in der Außenfassade oben nur ein Stein und dann gleich wieder Fenster? Egal. Wieso, kommen da zwei Steine hin oder was? Ja, eigentlich. Weil dann das Fenster zu klein ist. Hm. Egal, das ist eh bloß Schmuck da oben, da ist eh bloß der Dachboden. Ja. Die Rumpelkammer. Quasi. Modo. Jetzt brauche ich mich mal kurz hier hoch. Ich mich hier mal versuche im Turm. Willst du den Turm jetzt... Ach, der muss ja auch noch fertig gemacht werden. Naja, na zumindest hier so eine Treppe irgendwie. Aber ich habe natürlich jetzt keine Slaps mehr. Die hast du alle, oder? Nee, unten in der Kiste sind noch welche. Richtig? Ja. Renn ich jetzt für den Arsch? Du 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 du. Alles safe. Ja, da habe ich auch lange überlegt, wie wir das mit so einer Treppe machen. Das wird, äh, tricky. Aber irgendwie, irgendwas müssen wir ja da reinmachen. Irgendwie musst du ja hochkommen. Und eine Leiter wäre zu lame. Das ist wirklich lame. Wir müssen nur aufpassen. Ich mache jetzt da eine ganz dünne Treppe, an der man eigentlich auch ganz einfach runterfällt. Aber in der Hoffnung, dass es einfach besser aussieht. Aber das können wir alles noch nicht mit Sicherheit sagen. Das sehen wir erst, wenn es fertig ist. Wenn wir mal annehmen, wie habe ich denn das gesagt? Wir machen hier noch einen. Da einen. Und hier gehen wir schon einen runter. Einen runter. Einen runter. Einen raus. Einen rüber. Einen runter. Einen runter. Die Fackel passt nicht, ja. Verdammt. Aber das könnten wir auch mal machen, weil wir letzte Folge bei Thema Varro waren. Das hat ja Borgshop auch schon mal in die Richtung gemacht. Wie hieß denn das? Harte 6? Ja. Das könnten wir ja auch mal so in der Richtung sowas machen. Das müssen wir uns auch mal ein paar, also wir drei gegen drei andere. Vielleicht mal. Ich wäre dabei. Ich würde das so feiern. Ja? Ich hätte auch mega Bock. Aber es ist ja. Wir können auch, wir holen uns einen Gastplayer. Da hatten wir ja auch schon mal ein paar Mal jemanden am Start. Und machen einfach zwei gegen zwei oder so. Geht auch. Können wir auch machen, ja. Dann machen wir Wohra. Wohra. Wohra, Wohra. Uga Uga und Bunga Bunga. Das würde ich cool finden, ja. Okay. Du kommst schon mal im Türmchen hier hoch auf die Vorweiter. Verhaltungsebene. Okay. Aber ich weiß nicht, ob das cool ist. Guck mal. Ist das zu dünne? Ist das dickes gegangen? Oh. Was ist denn da los? Keine Lust mehr? Ja. Ich gehe jetzt nach Hause, tschüss. Ich dachte, da bist du. Nee. Okay, cool, ja. Oder ist das zu dünn? Das ist ein bisschen zu dünn. Cool wäre halt noch, wenn du irgendwie noch... Aber wenn du es breiter machst, ist der Turm dicht, weißt du? Ist ja dann dicht. Bei uns, ich stelle mir das gerade vor. Es müsste irgendwie noch ein Zaun ran, zumindest. Nee. Hier muss schon ein bisschen Risiko mit am Start sein, ne? Ich merke das schon, dass hier Risiko mit am Start ist. Hm. Ja gut, wie du denkst, probiert es schon mal aus. Aber das ist halt ein bisschen dünn irgendwie, ich glaube. Ich bräuchte dann mal Licht irgendwie hier. So noch Fackeln bei dir? Ja. Kann man da welche haben? Ja. Uh. Ganz runtergefallen, das wollte ich gar nicht. Komm nochmal zu dir hoch her. Wo ist er denn? Da oben. Ich weiß, er Fackeln runter. Wir liegen hier unten schon, hab ich das schon rausgeworfen. Siehst du, diese... Nee. Der hat einfach... Der hat einfach Höhenflüge. Wo ist denn hier Fackeln? Ach, ich hab dich denn längst... Der hat Höhenflüge, der Junge, guck mal. Wir haben ewig gebraucht, um den ganzen Quarz zu farmen. Jetzt haben wir einfach zu viel davon. Jetzt nutzt er den, um sich hochzubauen. Ich kann es doch wieder abbauen, dann. Da hab ich es doch wieder. Diese Dekadenz, die kotzt mich an. Deine Armut kotzt mich an. Ja. Hast du noch die Slaps jetzt? Jetzt brauch ich sie nämlich. Was? Akazie? Jetzt brauch ich Akazie. Ja, aber ich auch, zum Turmbauen. Ach komm, du kriegst welche. 42, schmeißt du schnell her. Danke. Das klingt immer wie so bayerisch, wenn du Akazie sagst. Akazie? Akazie. Akazie. Okay. Find ich jetzt gar nicht so. Aber du riechst unten oben. Auch, ja. Ein Nazi. Der riecht wie ein Nazi. Das haben wir ja schon bei GTA festgestellt. Aber ich frage mich immer, wie die riechen. Sternburg. Muss ja schon. Nein, die spawnt immer diese Stufe. Also den Geruch von Sternburg würde ich jetzt anderen Bevölkerungspunkten zuschreiben. Wer, wen? Das würde mich jetzt mal sehr interessieren, jünger Mann. Kaufhallenchiller und Parkgriller. Kaufhallenchiller? Ja. Kaufhallenchiller. Nicht Chinchiller. Chiller. Ja, ich hab dich schon richtig verstanden. Du willst bloß nicht. Ja, ich will nur meinen eigenen Wortkreationen freien Lauf lassen. Ja, mach mal. Unterdrückt mich doch nicht immer so, du Nazi. Warum hast du eigentlich jetzt das Spiel verlassen? Darf ich dich das mal fragen? Ja. Frag mal. Nee. Was hast du denn schon da gespielt? Ich wollte was ausprobieren. Achso. Am Verzauberungstisch. Und? Hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hab. Was? Nee, ich wollte wissen, ab wann der, äh, die andere Verzauberung ist. Ob das nur ist, wenn du dann, wenn du Sachen, also andere Sachen verzauberst und dann eine neue bekommst. Ja. Oder ob zum Beispiel so ein Relog halt auch einen neuen Zauber. Nee. Auch ab und an, äh, abbauen und wieder hinstellen bringt, glaube ich, nichts. Nee, es ist, wenn du ja so zauberst. Du musst wirklich erstmal irgendwas anderes verzaubern und dann würfelt der neu. Oder, was natürlich auch geht, ein anderer verzaubert etwas. Also wenn ich jetzt an den Tisch gehe, sehe ich natürlich was anderes als du. Und wenn ich es dann verzaubert habe, dann ist es für dich wieder geresettet. Nee, ich wollte vom Prinzip her nur wissen, ob, denn generell, wenn man, ähm... Achso, so weit hoch muss ich ja gar nicht. Hier sind ja immer gar keine Fenster mehr. Kannst du mir doch mal bitte helfen, wenn du durch bist mit deinem Turm? Ich bin schon ganz oben, aber ich habe gemerkt, so hoch muss ich ja gar nicht. Hier oben sind ja eh keine Fenster mehr. Nee, dann mach lieber eine Plattform oder so. Ja, ne, auf der... Geld rein... Von den letzten Fenstern. Das Geld reinschmeißen können. So, ich bin hier wieder abbauen, ja. Ah ja, hier komplett einmal über den Fenstern. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Bei was für einer Länge waren wir denn in der letzten Folge? Äh, bei 20 Minuten so. Ah, okay. So, Standlänge halt. Ja, ja, ne, das wollte ich gerade herausfinden. Was ist denn eigentlich jetzt unsere Standardlänge? Also, bei mir sind es 12 Zentimeter. Standard. Bei meiner ist halt recht kurz, aber dafür halt auch sehr dünn. Ja, ich finde, so lange wie er schnell kommt und schmeckt wie ein großer. Ja, eben. Wir haben also auch in dieser Folge das Niveau komplett versenkt. Kann ich jetzt auch nicht beurteilen, das müssen wir deine Mutter fragen. Kommst du selber nicht runter? Nee, ich habe mir den Rippen nicht entfernen lassen unten drauf. Du musst Mallorca machen, Junge. Mallorca? Mallorca? Musst du Mallorca machen? Mal. Yoga. Junge. Und der König von Mallorca. Du bist der König von Yoga? Wieso sind wir denn durch oder was? Das klang gerade so. Nö, 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 nö. Wir haben noch dicke, dicke Zweimel. Ich habe hier nämlich noch zu tun. Ich wollte eigentlich, äh, nee, das verrate ich noch nicht hinzu. Ja, kommt später. Jetzt guck mal in den Turm. So hoch ist der jetzt nämlich gar nicht mehr. Da ist Schluss. Das war es schon oder was? Da ist das letzte Fenster. Ich falle jetzt hier runter und verliere alles besser. Nee. Sollen wir nach oben gucken? Dann kommt ja nichts mehr. Nö. Da oben haben wir noch eine Kacke. Die habe ich natürlich zerstecken lassen. Das machen wir hier noch rein. Aber die können wir ja... Ja, das stand standortmäßig prinzipiell erstmal, äh... Craftingbox. Ja. Ja, ich baue dann oben noch einen Dachboden. Da kann ich ein paar Craftingboxen als Lagerung so. Ja. Hier machen wir noch einen Zaun. Da kannst du natürlich schön hier auf den Marktplatz gucken. Und über die Stadt. Das hat schon so... Voyeuristischen Charakter hier. Das hat schon eine gewisse Romantik. Nee, da kannst du schon Leute beobachten mit dem Fernglas. Das kriegt kaum einer mit. Der Turm ist echt hoch. Das sieht von unten keiner. Nice. Nice. Ey, ich vergesse immer wieder, wie seit dem Update der Zaun geht. Der geht ja nicht mal wie früher geht. Na, außen die Holzplanken und in der Mitte die Holzstöcker. So wie du das im Reellen auch bauen würdest, den Zaun. Zwei Holzpfähle und dazwischen dünne Latten. So. Das hat Latte gesagt. Das funktioniert immer wieder. Egal. Das ist schon so ein Automatismus. Achst du dich über Autisten lustig? Ja, natürlich. Ich hatte in der Lehre, in der Lehre hatte ich einen Autisten bei mir in der Klasse. In der Klasse? Ja, in der Berufsschulklasse. Der war strange. Konntet ihr irgendwas so gut? Dacht man ja immer so. So eine Inselbegabung nennt man das doch. Der konnte sehr, sehr, sehr gut mit Zahlen rumhantieren. Okay. Aber das war es auch schon, wenn man mal ehrlich ist. Der war echt ein bisschen strange, weil der hat... Sobald er sich selber im Spiegelbild gesehen hat, also da reicht er jetzt halt auch so eine Glasscheibe halt. Dinger hat er sich selber halt angegrinst. Das finde ich gut. Das mache ich ja nicht anders. Ja, weil du ein Narzisst bist. Genau. Und mit diesen Worten... Vielen Dank, dass ihr alle zugeschaut habt. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Wenn der Fexer aufnimmt. Wenn der Fexer aufnimmt. Und dann zeigt, wie er die Büroräume einrichtet. Ich werde mich dann ein bisschen in den Keller verkriechen. Ihr könnt die Decke dann erstmal bitte mitmachen, damit die Fertig sind. Das wäre mega lieb. Die mache ich mit. Die mache ich mit. Ja, dann bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen, wa? Bleibt sauber. Und? Alles klar. Oh, 100 gefallen. Ja. Macht's dreckig, aber bleibt sauber. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.